Hallo zusammen, hier sehen wir den JCB Teleskoplader 2560 E-TEC. Das ist unsere Maschine im zweieinhalb Tonnenbereich, sechs Meter Hubhöhe, voll elektrifiziert. Wir fahren hier mit zwei Elektromotoren, einen für den Fahrantrieb, einen für die Hydraulik mit einer Gesamtleistung von 24 kW. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020